Was machst du? Führerschein und Fahrzeugschein Einmal Fahrzeugschein Einmal Führerschein Stopp! Und brauchen wir einen anderen Ausweis Reicht schon Wohin? Wo sie gerade herkommen? Danke Wie heißt die Straße? Wo? Wo wir ihn in Nikolaus abgeliefert haben Löffelholtstraße Vorschau kommen wir mal zu Prachtest du nicht Alkohol getrunken? Warum Muss man Alkohol trinken? Wir haben den ganzen Tag Ja, wir haben den ganzen Tag, ist Weihnachtssattel gefahren und haben den ganzen Tag in der Stadt, in der Innenstadt Fotos gemacht. Ah, ok, ok. Bitte? Wenn's trotzdem mit dem kurzen Test einverstanden. Ja, freilich. Wenn Sie Zeit haben, ich hab immer Zeit. Das ist schön. Das geht nicht schnell. Ja, ja. Ach so. Ich hab gesagt, ich muss aufsteigen. Ah, danke. Und dann kriegen wir schon Zeit. Jawoll, gute Partner. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Das ist das. Ich trink nie irgendwas, wenn ich im Auto hab. Dann können die anderen mir erzählen, was sie wollen und mögen. Was war das jetzt? Oh, Führersatz. Das ist kein Blödsinn, oder die anderen? Und wenn's jetzt halt am Diplomaten was hast...